Willkommen zu einem neuen News Video und heute wieder einige Sachen, die auf dem Plan stehen. Wenn euch davon etwas genauer interessiert, können wir da gerne nochmal in einem separaten Video drüber schauen. Aber hier nur ein paar interessante Headlines, die so über die Woche gekommen sind. Interessant hier, dass entsprechend Licht bei Nacht sich negativ auf euren Metabolismus auswirkt. Das hat man in dieser Studie jetzt wirklich mal untersucht. Man kennt es ja auch generell schon, dass die Schlafqualität natürlich beeinflusst wird, wenn ihr zum Beispiel abends auch Handy benutzt, Fernsehen benutzt, dass dann Melatonin nicht ordentlich ausgeschüttet wird, solche Dinge. Und dass das Ganze über Nacht auch einen negativen Effekt hat, wenn ihr zum Beispiel die Rollladen nicht runter macht, wenn ihr dann natürlich auch das Handy neben dem Bett liegen habt oder irgendwelche Nachtlichter oder Fernsehen laufen habt oder ähnliches. Das wurde hier untersucht und man hat mit einem Glucose-Toleranz-Test hier herausgefunden, dass Insulinresistenz dadurch negativ beeinflusst wird, wenn ihr nachts einer geringen Menge an Licht ausgesetzt seid. Man hat das in zwei Gruppen hier untersucht. Die eine Gruppe hat dann in der zweiten Nacht bei 100 Lux geschlafen und die andere bei weniger als 3 Lux. Das ist natürlich dann sehr dunkel und das heißt für euch einfach so generell, der Schlaf ist das Wichtigste überhaupt. Sehen wir gleich auch noch in verschiedenen anderen Untersuchungen. Ihr solltet möglichst vor dem Schlafen gehen, eben nicht mehr die ganze Zeit das blaue Licht ausgesetzt sein. Das heißt am Computer einen Filter irgendwie laufen lassen oder eine Brille da entsprechend holen oder sonstige Dinge. Und auch das Handy dann beiseite legen und gerade in der Nacht auch alle möglichen Quellen von Licht dann ausschalten. Macht generell Sinn. Interessant fand ich die News einfach nur so generell, weil es wird ja öfters auch gesagt, dass bestimmte Virenarten sich jetzt natürlich auf der Erde auch verbreiten, weil die Leute immer mehr reisen und so weiter. Aber dass zum Beispiel auch hier Tiere die ganzen Viren und so weiter natürlich einfliegen können, wenn sie im Winter dann in die südlichen Länder fliegen und dann im Frühling wieder zurück. Dass das Ganze daran auch liegen könnte, ist natürlich auch eine interessante Sache. Fand ich einfach mal ganz interessant zu wissen, dass natürlich auch Zugvögel bestimmte Krankheiten von weit her einschleppen können. Über die Zecken zum Beispiel kann das Ganze natürlich passieren, wenn die sich dann hier entsprechend verbreiten und uns dann beißen und dann alles übertragen. Auf jeden Fall interessant vielleicht fürs Allgemeinwissen, das mal im Hinterkopf zu haben. Zum Thema Pestizide, Glyphosat und so ein Kram gibt es hier auch was Interessantes, dass es hier anscheinend einen indischen Bundesstaat gibt, der vor 15 Jahren Pestizide verboten hat und heute dadurch dann schon zum Vorbild wird, weil man eben gesehen hat, dass entsprechend die Artenvielfalt dort deutlich besser ist und dass die Ernährung und Gesundheit der Bevölkerung deutlich besser ist. Das Ganze scheint also doch positiv zu sein, wenn man eventuell auf dem Acker natürlich dann entsprechend robuste alte Arten von Pflanzen hochzüchtet und nicht dann eben nur diese Pflanzen nimmt, die gleichermaßen dann eben von diesen Saatgutherstellern bereitgestellt werden, die dann mit den Pestiziden am Leben gehalten werden und solche Dinge. Generell ist natürlich auch sehr wichtig, dann die Farmer entsprechend zu schulen. Wenn man sich mal so einige Dokumentationen anguckt, inwieweit die Farmer da zum Beispiel dann mit bestimmten Saatgut geködert werden, in Afrika und anderen Ländern, ist das schon ziemlich krass, dass sie da am Ende doch eher negative Wirkungen von haben. Ganz zu schweigen natürlich von den Nebenwirkungen der Chemieeinsätze, die dann dort gefahren werden. Ich verlinke euch unten drunter auch mal eine interessante Doku über Glyphosat, wo es weniger um auch das Glyphosat selber geht, um den Stoff, sondern um viele Begleitstoffe da drin, dass das Ganze eben Langzeitnegative Effekte hat auf die Säugetiere, die damit gefüttert werden und damit natürlich auch eventuell auf den Menschen. Also sollte man sich eventuell mal angucken, auf jeden Fall wird auch sehr deutlich, inwieweit da mit den ganzen Studien und so weiter ziemlich hantiert wird und die Leute dann verarscht werden könnten. Sollte man doch vielleicht mal ein Auge drauf haben und das Ganze nicht einfach so abtun, als ob das Ganze kein Thema wäre. Dann gab es jetzt eine Kontroverse über die Netflix-Doku The Magic Pill hier, wo mich jetzt auch einige Leute schon gefragt haben, was ich denn davon halte. Ich habe mir den Film jetzt angeschaut und muss sagen, dass es generell jetzt gar nicht so schlimm ist. Da werden jetzt keine hochheiligen Versprechen gemacht oder sonst was oder es wird nichts anderes schlecht gemacht. Also im Gegensatz zu solchen Filmen wie What's the Hells oder sowas, die dann einfach nur darauf getrimmt sind, entsprechend Fleisch, Nahrungsmittel oder tierische Nahrungsmittel generell schlecht zu machen und als krebserregend darzustellen und den Leuten einfach Angst zu machen, geht es hier in diesem Film ja wohl eher darum, den Leuten einen Weg aufzuzeigen, den sie eventuell einschlagen könnten, den sie probieren könnten, um eventuell ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Also ich finde den Film selber jetzt überhaupt nicht schlimm. Es werden dort jetzt auch keine Versprechen gemacht. Man könnte unbedingt damit Krebs heilen oder sonst was. Es wird auf eine völlig gemischte, gesunde Ernährung auch hingewiesen, wo dann eben große Mengen auch an Gemüse, kleine Mengen an Obst und all so ein Kram drin ist. Also es geht doch hier jetzt nicht um irgendetwas ganz Spezielles. Auf jeden Fall scheint das einigen Leuten von der Wissenschaft oder den öffentlichen Stellen dann Dorn im Auge zu sein, dass diese jetzt angefragt haben, dass diese Dokumentation hier doch irgendwie entsprechend gesperrt werden sollte. Weil Netflix natürlich dann auch dafür verantwortlich wäre, wenn Leute jetzt auf einmal irgendwie was ausprobieren, was aber jetzt wenig wissenschaftlichen Hintergrund hätte oder sowas. Und dass man durch den Film natürlich auf die Idee kommen könnte, das Ganze könnte eben Krebs heilen und sowas. Was natürlich Quatsch ist, dass man, wenn man solche Aussagen trifft, du musst einfach nur Ketogen machen und dein Krebs ist geheilt. Das ist natürlich völliger Bullshit. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, eine ketogene Ernährung zu machen, wenn du Krebs hast. Es ist jetzt kein Allheilmittel oder sowas, aber es spricht nichts dagegen, weil es den Krebs durch Studien eben auch nicht schlimmer macht und wenn dann eher positive Effekte mit sich bringt, wenn man eben auf die Sachen mit dem Gewicht und so weiter achtet. Also da habe ich ja auch schon ein paar Videos zu gemacht. Dementsprechend ist eine ketogene Ernährung in vielerlei Hinsicht eine Möglichkeit ohne Nebenwirkungen, natürlich individuelle Personen jetzt ausgeschlossen, eine Möglichkeit ohne Nebenwirkungen, da eventuell den Körper zu unterstützen. Und generell ist es natürlich auch richtig, dass wir das, was wir bis jetzt so gelernt haben, Low-Fat zu leben und zum Frühstück immer Kellogs zu essen und solche Dinge, dass das natürlich völliger Bullshit ist und dass sich das jeglicher Evidenz auch da draußen entzieht. Und es macht einfach gar keinen Sinn, sich so entsprechend zu ernähren, wenn man Studien ran nimmt, die von Kellogs und Gatorade oder sowas dann gesponsert sind. Da sollte man schon ein bisschen überlegen. Natürlich ist die Dokumentation auch sehr darauf ausgelegt, sehr viele Einzelbeispiele zu nutzen. Also es werden dann eben Kinder mit Autismus gezeigt, Leute mit Asthma oder Krebs und so weiter. Also es wird natürlich in solchen Dokumentationen, das finde ich generell immer schade, wird natürlich immer an Einzelbeispielen irgendwas aufgezeigt, die dann auch sehr auf die Tränendrüse drücken, solche Dinge. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd, weil das halt nicht wissenschaftlich genug ist. Aber generell natürlich trotzdem ein Film, genauso wie What's the Hells, der in gleicher Art und Manier dann eben gemacht worden ist. Warum man diesen Film jetzt verbieten sollte, aber What's the Hells zum Beispiel nicht, das erschließt sich mir jeglicher Grundlage, weil eine ketogene Ernährung ist wahrscheinlich genauso einschränkend wie eine vegane Ernährung. Man hat auch nicht mehr so die Vielfalt. Also von daher ist das Ganze wahrscheinlich nur ein Politikum hier, weil man eventuell vielleicht doch sieht, dass mit einer ketogenen Ernährung doch einiges mehr dran ist, um da bestimmte Krankheiten dann in den Griff zu bekommen. Gerade wenn es um Insulinresistenz oder ähnliche Dinge geht, aber eben auch Gehirnkrankheiten oder sonstige Entzündungskrankheiten, wo man eben in der ketogenen Ernährung was machen kann. In dem Zusammenhang hier auch nochmal sehr schön auch der Glucosemetabolismus, also die Aufnahme von Zucker und die Auswirkungen auf den Darm. Und hier auch parallel zu den letzten News nochmal so dieses zweite Gehirn, was wir in unserem Darm haben, welche Auswirkungen das generell auf den Körper hat. Interessant hier wurde das Ganze eben untersucht, was dann speziell für Gene angeschaltet werden und so weiter, wenn wir eben dann Zucker essen zum Beispiel, dass hier im E.coli dann speziell bestimmte Transporter und so weiter dann freigeschaltet werden. Und generell muss man sagen, dass das Essen, was wir dann eben zu uns führen, dann mit einem bestimmten Glucoselevel in unserem Darm die Darmbakterien anregt, dann Signale zu senden. Das heißt, wenn wir sehr viel Zucker zum Beispiel zu uns nehmen, werden die Darmbakterien dazu angeregt, bestimmte Signale auszusenden, die andere Bakterien und so weiter dann eben auch entsprechend anregen, anregen, irgendwas zu tun oder eben auch in andere Teile unseres Körpers gelangen. Bedeutet also, dass dieser generelle, ja wenn man so sagt, du hast einen Candida Overgrowth oder sonst was, also du hast zu viel davon, weil du zu viel Zucker isst und das macht dich dann süchtig, weil es natürlich dann auch Botenstoffe aussendet und noch mehr Zucker möchte. Also das kann dann Auswirkungen natürlich auch auf das Gehirn haben, dass wir dann diese süchtig machende Wirkung halt haben von hochkalorischen oder zuckerhaltigem Essen, das kann damit alles zusammenhängen und hier wurde das Ganze eben auch an dem Mechanismus eben auch mal aufgezeigt. Ist auf jeden Fall sehr wichtig, das Ganze mal auch immer wieder, wenn man sich mit neuer Ernährung beschäftigt, wenn man abnehmen möchte, wenn man Diät machen möchte, wenn man wegkommen möchte von Zucker, dass man sich immer wieder vor Augen hält, dass das Ganze dann eben auch von euren Darmbakterien mit Signalen entsprechend auch gesteuert werden kann, weil die natürlich auch diese Nahrungsmittel dann haben wollen. In Deutschland fordern SPD-Politiker eine Altersbestrengung für Energydrinks. Also soll irgendwann nur noch ab 16 oder 18 dann Energydrinks dann ausgehändigt werden, weil man eben auch gesehen hat, dass das Ganze gerade von den Jugendlichen ja meist überkonsumiert wird. Also wenn man sich das auch wirklich mal anguckt, was man so auf YouTube oder so draußen beim Einkaufen sieht, ist es tatsächlich so, dass Jugendliche gerade natürlich ein Energy nach dem anderen reindrücken, auch wenn man mal so im persönlichen Gespräch mit einigen ist, dass die den ganzen Tag über wirklich mal so 5, 6 Dosen dann in sich reindrücken, was natürlich eine extrem große Menge an Koffein dann bei diesen Menschen bedeutet, was natürlich dann die aufputschende Wirkung hat zum einen, aber dann eben auch damit einhergeht, dass eben Stresshormone ausgeschüttet werden, ganz klar. Das führt natürlich dann auch zum Anstieg von Cortisol und anderen Sachen, wie zum Beispiel ein höherer Puls, Blutdruck und so weiter. Wenn man es damit dann übertreibt, kann das Ganze auf Dauer, meistens ist es ja, dass die Leute das dann täglich machen, dazu führen, dass es eben negative Konsequenzen für den Körper hat. Muss nicht unbedingt gleich zum Tod führen oder sonst was. Es kann sich aber auch auf andere Art und Weise dann irgendwie bemerkbar machen. Wenn ihr nämlich die ganze Zeit einen hohen Stresslevel zum Beispiel hat, kann es natürlich auch dazu kommen, dass ihr dann gleichzeitig sehr viel mehr zu euch nehmt, an Nahrungsmitteln und 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 dann übergewichtig werdet. Aber auch beim Sport kann das negativ sein, denn was viele auch nicht vergessen ist oder vergessen ist natürlich, dass dann der Stress, der obendrauf noch kommt, bei dem Sport, auch gerade durch den höheren Puls und so weiter, dass es natürlich auch in gewisser Weise, wenn man es übertreibt, limitierend sein kann. In Deutschland gab es bis jetzt noch keine vergleichbaren Fälle, aber im Zusammenhang mit Alkohol und Energydrinks, was viele dann eben auch machen, kann das Ganze eben negative Auswirkungen haben. Und natürlich auch der hohe Zuckergehalt, wie bei ganz normaler Cola und so weiter, ist natürlich dann auch entsprechend ein Problem, was dazu führen kann, dass die Leute dann eben krank werden. Also das auf jeden Fall schon mal hierzu. Ob man das Ganze jetzt so machen muss, ja, da müsste man ja vielleicht auch Cappuccino, Kaffee oder sonst was dann entsprechend mit einer Altersbeschränkung versehen. Aber man sieht es halt, die Leute gehen halt nicht vernünftig damit um. Und dann, ja, ob das Sinn macht, gleich ein Gesetz zu machen oder ob man das irgendwie anders regelt, dass man bestimmte Grenzwerte dann an Koffein dann nur zulässt, in solchen Getränken. Das wäre wahrscheinlich eher eine nützliche Maßnahme. Na, generell zu diesem Thema mit Koffein ist auch hier in einer neueren Untersuchung nachgewiesen worden. Das Ganze hier war, glaube ich, also wurde dann entsprechend auch bei der US-Army hier mit benutzt. Es gibt so einen Algorithmus, mit dem man jetzt berechnen soll. Ich habe das jetzt auch noch nicht ganz genau nachgeschaut, aber kann ja vielleicht nochmal in einem extra Video gemacht werden, dass man das Koffein eben sehr, sehr gezielt einsetzt. Wenn ihr nämlich Koffein auf täglicher Basis in größeren Mengen zu euch nehmt, dann stumpft ihr natürlich auch ab und das Koffein wirkt nicht mehr. Ihr braucht immer eine größere Dosis und so weiter. Wenn man das jetzt aber rauslässt und entsprechend auch gezielt einsetzt, zu bestimmten Tageszeiten, unter bestimmten Umständen, das heißt, wenn ihr wirklich zu wenig Schlaf hattet und jetzt irgendwie Leistung bringen müsst oder ähnliche Dinge, dann ist das eine Sache, wie man das Ganze eben hier anhand eines mathematischen Modells eben berechnen kann. Wie viel auch überhaupt benötigt wird. Ja, ist überhaupt eine Menge von 300, 400 Gramm nötig, Milligramm nötig oder reichen vielleicht auch 50 oder 100 Milligramm? Solche Sachen sind dann eben wichtig. Und wenn man das wirklich gezielt in kleineren Dosen dann zu bestimmten Zeitpunkten einsetzt, hat das Ganze, so wie es hier gesagt wird, einen Vorteil von bis zu 64 Prozent bei einer Reduzierung von eben 65 Prozent von Koffein generell. Und das ist natürlich dann, wenn man Koffein nutzen möchte, eine deutlich bessere Sache, als entsprechend dann die ganze Zeit sich zuzuballern. Macht also Sinn. Denn, wenn man sich auch Koffein den ganzen Tag zuführt und auch natürlich abends dann immer nochmal Cola oder Cola Light und so weiter, kann es dazu führen, dass man natürlich auch zu wenig Schlaf oder Schlafstörungen bekommt. Das sieht man eigentlich schon sehr. Wenn man abends natürlich dann auch Trainingsbooster oder so zu sich führt, ist es ja ähnlich. Und das führt in dieser Untersuchung hier dazu, dass das Ganze eben einige Milliarden kostet, wenn die Leute Schlafstörungen haben. Also hier auch nochmal mit dem Licht wohin und generell die Wichtigkeit von Schlaf. Generell sollte jedem eigentlich mal vor Augen geführt werden, dass das Ganze hier bei 35 Leute der US-Erwachsenen, 35 Prozent, nicht mal sieben Stunden an Schlaf sind, obwohl Schlaf natürlich auch immer sehr individuell ist. Einige kommen mit sechs Stunden sehr gut zurecht, aber bei 35 Prozent ist das schon sehr hoch. Und viele sagen eben auch, dass sie zu wenig Schlaf einfach bekommen. Das führt natürlich dazu, dass die Leute dann verringerte Aufmerksamkeit haben, dass sie in der Arbeit vielleicht nicht so wach und fokussiert sind, dass sie generell natürlich auch Gedächtnislücken haben, solche Sachen. Und dass das Ganze mit dem weniger Schlaf, dadurch, dass natürlich dann auch wieder jetzt der Körper nicht ordentlich regenerieren konnte, dass der Parasympathikus nicht richtig läuft und so weiter, dass es dazu natürlich auch führen kann, dass das Risiko für Herzanfälle und so weiter, Übergewicht und so weiter natürlich erhöht ist, was man eben so kennt. Also hier insgesamt sehr wichtig, das Schlafen mal zu beobachten, so grundsätzlich, wenn man irgendwelche Probleme hat, da wirklich Ausgleich zu schaffen auf verschiedenen Ebenen. Auch hier nochmal obendrauf, also viel Schlaf jetzt in diesem Video, Schlafmangel in der Kindheit fördert erhöhte Blutfette, was natürlich auch wieder mit all diesen Dingen, die ich gerade schon gesagt habe, zusammenhängt, dass natürlich der Körper da den ganzen Metabolismus umstellt, dass er nicht mehr ordentlich regenerieren kann, dass Stresshormone die ganze Zeit hoch sind. Und das sind eben alles, das sind immer wieder diese Puzzleteile, die ich euch auch immer wieder erzähle, dass immer, wenn man solche verschiedenen Studien sich eben anschaut oder verschiedene Meldungen anschaut und das jetzt, jetzt seht ihr das ja auch mal live, wenn man das alles in Zusammenhang bringt, dann ergibt sich halt so ein Bild. Und das ist eben das, was man dann da draußen den Leuten mitgeben kann, was sie umsetzen sollen. Und jetzt wisst ihr auch mal, warum ihr darauf zum Beispiel achten sollt. Auf genügend Schlaf, auf genügend Regeneration, eben kein Licht mehr vor dem Schlafen und kein Koffein den ganzen Tag gegenüber, weil es eben euren Parasympathikus und Sympathikus dann entsprechend durcheinander bringt. Und dadurch ergeben sich dann auch neben der schlechten Ernährung natürlich sehr viele negative Effekte für den Körper. Dann natürlich generell das Übergewicht passiert. Auch dadurch, dass der Körper oder durch das Übergewicht kann der Körper mit dem Fett, mit eurem eigenen Körperfett nicht mehr ordentlich arbeiten. Ihr bringt ja euren ganzen Metabolismus durcheinander und haut natürlich dann auch gleichzeitig zu viele Kalorien rein, zu viel Zucker rein und so weiter. Das bedeutet generell, dass die Energie, die euch dann zuführt, natürlich die ganze Zeit genutzt wird und verbrannt wird. Hingegen kann der Körper dann in diesen Zeiträumen nicht mehr das Fett aus euren Zellen zum Beispiel ordentlich metabolisieren oder aus der Nahrung, weil der ganze Zeit der Blutzuckerspiegel hoch ist und die Fettverbrennung dann reduziert ist. Das heißt, ihr trimmt euren Körper durch den hohen Zuckerkonsum die ganze Zeit dazu eben vermehrt mit Zucker zu arbeiten und dadurch verliert er natürlich auch die Möglichkeit, den Fettmetabolismus auszubauen oder zu verbessern. Also Mitochondrien zum Beispiel zu bilden, solche Dinge. Und das kann eben dazu führen, dass wir noch weiter übergewichtiger werden und dann metabolisches Syndrom, deshalb heißt es ja auch so, Typ 2 Diabetes und so weiter zu entwickeln. Und das Ganze hängt eben damit zusammen, dass der Körper mit dem Fett nicht mehr ordentlich arbeiten kann. Und jetzt ist natürlich jede Maßnahme, die wir machen, dafür positiv, dass der Fettmetabolismus wieder angeregt wird und ordentlich arbeiten kann. Das heißt, entweder wir machen eine Kalorienrestriktion, dass der Körper dann eben das eigene Fett nutzen muss wieder und das Ganze ausbaut oder wir machen eine Low-Carb-Ernährung oder sowas, wo natürlich genau das Gleiche passiert oder wir machen Sport, wo natürlich auch wieder genau das Gleiche passiert, dass der Körper da die Fettverbrennung wieder aufbaut und das hängt eben damit zusammen, dass der Körper nicht mehr in der Lage ist, das Fett ordentlich zu verarbeiten. Deshalb steigen ja auch dann solche Werte wie Triglyceride und so weiter an. Das zeigt natürlich an, dass der Körper damit nicht mehr umgehen kann, dass die Leber damit nicht mehr arbeiten kann und das ist negativ. Deshalb hier die Ursache für eben sehr viele Krankheiten ist einfach, dass der Körper nicht mehr den ordentlichen Fettmetabolismus hat. Hier nochmal die News, die auch in den Knochen-Video mit drin waren, dass eine Gewichtsreduktion generell zusammenhängt mit einer reduzierten Knochenstärke. Das bedeutet, wenn ihr abnehmt, dann kann es sein, dass eure Knochenstruktur eben schwächer wird. Kann natürlich zum einen damit zusammenhängen, dass ihr nicht mehr das Gewicht auf den Knochen habt und die Knochen nicht mehr entsprechend belastet werden und dann natürlich auch irgendwie abbauen. Zum anderen kann es natürlich auch daran liegen und das, denke ich, ist der größte Punkt auch mit dabei, dass ihr in der Ernährung natürlich dann entsprechend weniger Kalorien erstmal zu euch nehmen, weniger Protein und Nährstoffe eventuell zu euch nehmen, gerade wenn ihr die Diät extrem gestaltet. Bedeutet also, wenn man sich wirklich so eine radikale Diät über Wochen dann fährt oder Fastenzeiten oder ähnliches, wie sollte der Körper oder der Knochen sich dann entsprechend auch remineralisieren und wieder aufbauen, wenn ihr das eben auch nicht zuführt. Und da spielt eben auch der Proteinanteil eine große Rolle. Wenn der nämlich passt, das haben ja auch die anderen Studien gezeigt, dann ist es so, dass eure Knochengesundheit da eben deutlich besser dasteht. Heißt generell, wenn ihr eine Diät macht, solltet ihr mindestens eben einen gewissen Anteil an Nährstoffen und Proteinen zuführen, damit ihr solche Probleme dann eben nicht bekommt und nicht so extreme Radikaldiäten machen, gerade wenn ihr so irgendwelche Abnehmshakes zum Beispiel nehmt. Das ist das Bescheuertste, was man überhaupt machen kann, weil man dort eben fast nichts mehr drin hat. Wer das ordentlich machen möchte, ihr kriegt mein kostenloses Buch Eat Smart, Be Fit, da steht alles drin, was man auch dann als Minimum eben zu sich führen sollte. Wenn ihr das umsetzt, dann sollte euch da in den meisten Fällen zumindest mit geholfen sein. Nochmal kurz zurück zu den Pestiziden, was ja auch mit dem Glyphosat und so weiter zusammenhängt. Hier ist eine News rausgekommen, was jetzt auch immer mehr nachgewiesen wird bei anderen Nahrungsmitteln, ist, dass immer mehr Pestizide entsprechend enthalten sind. Hier, Vorsicht, bei Erdbeeren aus dem Supermarkt können wir uns den Ökotest natürlich auch nochmal separat angucken. Ist vielleicht auch eine ganz interessante Sache. und das Ganze wurde eben hier gezeigt, dass dort hier auf mehr als 500 Pestizide untersucht worden ist und das Ergebnis zeigt eben, dass in der Hälfte der entsprechend untersuchten Chargen bedenkliche Pestizide gefunden wurden, die als krebserregend gelten. Heißt also, wenn man sich jetzt hier richtig schön Obstsalat mit zwei Packungen davon voll macht und so weiter, ist das Ganze wahrscheinlich nicht so gut für unsere Gesundheit. und da wäre es natürlich sehr interessant auch mal zu wissen, wie das auch mit anderen Obstsorten aussieht. Jetzt nicht nur Erdbeeren, sondern eben auch Blaubeeren oder Brombeeren oder solche Dinge. Das ist natürlich dann eine interessante Sache, die man untersuchen könnte. Man sollte dann vielleicht darauf achten, dass das Ganze in Bio-Qualität irgendwo herkommt. Das wäre vielleicht noch eine Sache. Oder eben selber pflücken, selber anbauen oder wie auch immer. Aber dieses abgepackte aus dem Supermarkt, gerade wenn es vielleicht nicht gerade hier die entsprechende Jahreszeit für solche Früchte ist, sollte man eventuell darauf verzichten. Dann gab es ja immer wieder diesen Mythos von einem gesunden Übergewicht quasi. Das Ganze wurde jetzt auch wieder legt, dass man hier eben gezeigt hat, dass auch Leute, die ein in Anführungsstrichen gesundes, leichtes Übergewicht vielleicht haben, dass das Ganze doch mit einem normalen Gewicht dazu führen kann, dass man entsprechend, wenn man sich natürlich überhaupt nicht bewegt, wenn man schlecht ist und gerade eben die anderen Stressfaktoren mit drin hat, dass es eben dazu führen kann, dass man trotzdem irgendwann Diabetes oder andere Zivilisationskrankheiten entwickelt. Heißt also, dass nicht das Übergewicht alleine jetzt unbedingt nur damit zu tun haben muss, sondern auch entsprechend ganz andere Faktoren dazu beitragen können. Aber generell natürlich immer auch das Gewicht, das Übergewicht der allergrößte Faktor ist bei eben solchen Risikofaktoren. Das heißt, wenn du mehr zu dir nimmst und mehr wiegst am Ende, dann hast du eben automatisch in den meisten Fällen schon schlechte Blutwerte, hohen Blutdruck und die Anzeichen für ein metabolisches Syndrom und Diabetes und solche Dinge. Heißt also, wenn du natürlich ein niedrigeres Körpergewicht hast, dann bist du davor auf jeden Fall schon mal besser geschützt, aber nicht automatisch. Heißt, die Ernährung und die Lebensumstände spielen trotzdem immer noch eine Rolle. Und was man eben auch sieht bei diesen ganzen Okinawa-Studien und so weiter, ist eben das soziale Miteinander, soziale Bindungen und so weiter. Hat man ja auch schon öfters mal aufgezeigt, dass das eben auch ein großer Faktor ist, was eben die Gesundheit fördert. Heißt also, dass natürlich, wenn man sich in sozialem Umfeld bewegt, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit alleine zu Hause ist und solche Dinge, dass man da natürlich auch eine gewisse Entspannung auch mit hat und ein bisschen mehr Bewegung mit drin hat. Man lacht die ganze Zeit und so weiter und so fort. Das sind natürlich solche Dinge, die auch mit dabei einher spielen, dass es den Menschen generell gesundheitlich wahrscheinlich ein bisschen besser geht als einer Person, die die ganze Zeit auf Geschäftsreise ist, immer nur im Hotel alleine ist, immer nur unter Stress steht und solche Dinge. Das kann man eben hier dann auch mal nachlesen. Also ist auch ein Punkt, den man schon irgendwie auf dem Blatt haben sollte. Und am Ende mal eine interessante Studie als letztes hier, die auf der Homepage jetzt auch gepostet wurde, wo eben gezeigt wurde, dass komischerweise Vegetarier mehr Krebs haben als eben nicht Vegetarier, wenn man sie eben miteinander vergleicht. Was natürlich dann eine ziemlich interessante Sache ist, kann man sich auch mal ganz genau anschauen, wo denn hier jetzt die, ja, wo hier die Sachen drin liegen. Interessant auch, dass Fisch zum Beispiel das ganze Krebsrisiko extrem gesenkt hat. Also hier hat man dann, wenn wir uns das Fisch angucken, fast um die Hälfte reduziert, aber die Vegetarier hier hatten um 39 Prozent eine höhere Chance dann als Vegetarier hier Krebs zu entwickeln. Auch eine interessante Sache, die man ja auch mal ansprechen kann, wenn man solche Korrelationsstudien immer wieder gerne benutzt. Na, das waren auf jeden Fall die News für heute. Ich hoffe, da war das ein oder andere Interessante dabei. Was ihr hoffentlich jetzt gelernt habt, ist die Wichtigkeit von Schlaf, Entspannung und alles, was da drum, ja, noch einher zugehört. Also setzt das einfach mal um in eurem Alltag und dann werdet ihr wahrscheinlich schon deutlich besser durchs Leben gehen. Gebt einen Daumen nach oben für dieses Video, schreibt eure Kommentare unten rein, ob ihr vielleicht Erfahrungen habt mit den ein oder anderen Dingen hier, gerade in Bezug auch auf Schlaf und ansonsten teilt dieses Video natürlich auch gerne und wenn ihr mich unterstützen möchtet mit solchen Videos, den Newsvideos und allen möglichen anderen Dingen, schaut unten in die Videobeschreibung, auf Patreon, auf der Homepage oder wie auch immer ihr das gerne machen möchtet. Ansonsten bis zum nächsten Video. People, can you hear me? Here's a message that I'm sending out. I've got the answer to all your problems and tonight I'll be singing it loud. Just surrender yourself to the rhythm when your head comes in the sky. Feel the energy deep inside the system and leave this world behind. if you want to may be a move bye-bye. Untertitelung des ZDF, 2020